Yes, es ist von der Herzen Willkommen auf meinem Kanal im Premier League Spiel, im zweiten Spiel, war Norwich, ist halt Dimitri, die wird schwer verletzt worden, wie ihr seht, hat hier auch Plastikteile in der Mund, war wirklich ein schrecklicher Moment, er bewegt sich schon wieder in bessere Gewässer, wie man so schön sagt, also es geht ihm besser, aber es ist natürlich echt heftig, was da passiert, diesen kann natürlich für alle.